Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen mit Ihnen zu Hause. Der Justizskandal um Gustl Mollert erregte Gemüter und hat eine hitzige Debatte ausgelöst. Wie konnte es dazu kommen, dass Gustl Mollert sieben Jahre lang in der forensischen Psychiatrie weggesperrt wurde? Ist dieser Fall ein Einzelfall? Warum weckt die Geschichte von Gustl Mollert so viele tiefsitzende Ängste bei den Menschen? Könnte so etwas auch uns widerfahren? Darüber spreche ich heute mit Gustl Mollert. Erstmal herzlich willkommen und ich begrüße den Rechtsanwalt an seiner Seite, Gerhard Strate, der die Wiederaufnahme des Falles und damit Gustl Mollerts Entlastung aus der Psychiatrie erweckt hat. Und Uwe Ritzer ist zu Gast von der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Er ist einer der Journalisten, die seit Jahren über den Fall Mollert berichten und der uns sagt, dies ist kein Einzelfall. Und ich begrüße die Psychiaterin und Psychoanalytikerin Dr. Hanna Ziegert bei uns, die über die Praxis von Gutachtern und natürlich aus dem Psychiatriealltag bei uns hier berichten wird. Herr Mollert, erstmal herzlich willkommen bei uns. Wir haben uns vor ein paar Tagen schon mal getroffen, ausführlich ein Vorgespräch geführt. Wie ist es jetzt? Sind Sie so ein bisschen angekommen in der Normalität? Na ja gut, es hat sich ja die Ereignisse überschlagen, regelrecht. Ich musste ja innerhalb kürzester Zeit dieses Krankenhaus verlassen und diese freiheitsentziehende Maßnahme hinter mir lassen. Hatte fast keine Gelegenheit, ordentlich zusammenzupacken. Ja. Das heißt, das Urteil hat Sie überrascht, die Entscheidung? Ja, überrascht nicht letztendlich. Nur die Wahrscheinlichkeit habe ich als gering eingestuft, dass das so schnell kommt. Es ist natürlich eine große Freude, dass man da jetzt Etappensituation hat. Leider muss ja mein Ziel sein, ein Wiederaufnahmeverfahren. Und das scheint jetzt möglich zu sein. Wo sind Sie im Moment zu Hause? Ja, das ist dauernd eine wechselnde Obdach, die ich bekomme. Ja. Ich bin im Moment nicht obdachlos, aber tatsächlich wohnungslos, beziehungsweise habe immer wieder wechselnde nette Mitbürger, die mir ermöglichen, dass ich mein Hauptwohn niederlegen kann. Unter anderem ein guter alter Freund, bei dem Sie in den letzten Tagen waren. Ja, absolut herausragend. Ja, und vielleicht darf ich jetzt schon mich bedanken bei so vielen lieben, netten Menschen, die mich jetzt über Jahre ganz eng unterstützen und auch viele Bürger im Land, die da Anteil nehmen. Wir wollen uns mit dem Fall noch ein bisschen beschäftigen. Einer der spektakulärsten Justizfälle der vergangenen Jahre bekam ja am Dienstag vor einer Woche eine neue, eine positive Wendung. Gustl Mollert, endlich in Freiheit, nach sieben Jahren Zwangspsychiatrie. Der Fall bewegt die Republik. Der ungeheure Verdacht? Hier wurde ein Mann zu Unrecht weggesperrt. Am Anfang steht ein Ehestreit. Mollert wirft seiner Frau Petra, die als Anlageberaterin für die Hypo-Vereinsbank arbeitet, Schwarzgeldgeschäfte vor. Sie beschuldigt ihn körperlicher Gewalt. Gustl Mollert landet vor Gericht. Im August 2006 bescheinigt ihm das Landgericht Nürnberg-Fürth unter Berufung auf ein psychiatrisches Gutachten ein paranoides Gedankensystem und eine zu erwartende Fremdgefährlichkeit. Mollert wird als schuldunfähig freigesprochen, die Richter ordnen aber seine Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie an. Jahre vergehen, ehe sich herausstellt, Mollerts damalige Anschuldigungen gegenüber seiner Frau, es geht um Geldschiebereien in die Schweiz, entsprechen zum Teil der Wahrheit. Dennoch bleibt er weggeschlossen. Gustl Mollert, Opfer im Filz aus Justiz, Politik und psychiatrischen Gutachtern? Vergangene Woche die Wende. Das Oberlandesgericht Nürnberg ordnet Mollerts Freilassung an. In einem Wiederaufnahmeverfahren soll jetzt geklärt werden, was an den ursprünglichen Vorwürfen wirklich dran ist. Herr Mollert, heute im Stern sagen Sie, ich bin draußen, aber ich bin nicht frei. Wie haben Sie das gemeint? Ja gut, ich bin jetzt außerhalb dieser Mauern, dieser Krankenhäuser, die ja letztendlich tatsächlich Hochsicherheitsgefängnisse dargestellt haben, seit siebeneinhalb Jahren. Und wichtig ist, ein Wiederaufnahmeverfahren zu erreichen, erfolgreich abzuschließen, wo ich davon ausgehe, wenn ein rechtsstaatliches, ordentliches Verfahren mir dann zuteil wird, das nach Recht und Gesetz durchgeführt wird, dass ich dann tatsächlich rehabilitiert bin. Und dann erst kann eine Freiheit beginnen. Wenn man so lange in der forensischen Psychiatrie war, in unterschiedlichen Häusern, wenn Sie jetzt raus sind und diese Freiheit erleben, was genießen Sie im Moment am meisten? Also ich muss sagen, ich bin sehr gerührt über die außergewöhnliche Zuwendung und Unterstützung, zum Beispiel von meinem engsten Freund, der hat mir nicht nur sein Hemd gegeben, was nicht sein letztes ist, der hat mir buchstäblich auch eine Unterhose geliehen und viele, viele andere, die mich unterstützen. Und es ist natürlich für mich sehr schön, dass das, was ich erwartet habe, ich sofort wieder an dem freien, in Anführungsstrichen freien Leben teilnehmen kann. Frau Ziegert, Sie leben in Bayern. Wie sehr ist der Fall auch nochmal im Vergleich zu den anderen Bundesländern? Dort wirklich ein ganz wichtiges Thema. Das kann sein, weil die Bedingungen im Maßregelvollzug in Bayern vielleicht noch etwas anderes sind, als in anderen Teilen Deutschlands. Schreiben Sie das mal, was meinen Sie damit? Ich habe manchmal das Gefühl, es geht um Mailand und Sizilien. Also Bayern wäre dann mehr Sizilien. Also ich kenne die Maßregelvollzugseinrichtungen, zum Beispiel Eickelborn, Lippstadt oder Betburg-Hau. Und fast alle Maßregelvollzugseinrichtungen in Bayern aus der Berufspraxis, in etwa Berufspraxis als Gutachter und Psychiater. Und habe das Gefühl, dass schon in Bayern man noch besonders Wert legt auf ein Regelwerk, was also für diese Maßregelvollzugseinrichtungen gilt. Und dass der therapeutische Gedanke dort ein geringerer ist als in den Maßregelvollzugseinrichtungen oberhalb des Mainz. Ist das aber Ihre Erfahrung, Herr Ritzer? Sie beschäftigen sich mit dem Fall seit ganz langer Zeit. Naja, ja und nein. Ich glaube auch, dass in Bayern so eine starke Law-and-Order-Kultur auch verwurzelt ist. Nach wie vor im Justizapparat, in der Politik und auch bei vielen einfachen, ganz normalen Menschen. Ich glaube aber, dass der Fall Mollat auch in anderen Bundesländern hätte stattfinden können. Ich warne davor, diese Geschichte so folkloristisch zu betrachten. So nach dem Motto, da haben wir wieder die Bayern. Ja, die sind ja irgendwie hinter dem Mond. Das glaube ich nicht. Und ich glaube im Übrigen auch nicht, dass es so ein bayerisches, spezielles bayerisches Justizthema allein ist. Ich glaube, die bayerische Justiz, wenn wir noch, ich sag's mal jetzt plakativ, wenn wir noch Verhältnisse hätten wie zu Franz-Josef Strauß Zeiten vielleicht, dann würde gegen Uli Hoeneß keine Anklage erhoben. Dann wäre der Siemens-Korruptionsskandal wahrscheinlich nie in dieser Form aufgearbeitet worden. Das andere, es triggert ja auch diese Urängste bei vielen Menschen an, die sagen, das hätte vielleicht auch in solchen besonderen Umständen auch mir passieren können. Das ist tatsächlich das große Gefühl, was auch außerhalb Bayerns überall anzutreffen ist. Ich weiß, Herr Ritzer, Sie kriegen viele Zuschriften im Moment. Wie erklären Sie sich die Solidarität, die gerade Herr Mollert erfährt? Ich glaube, das ist zum einen Solidarität, zum anderen ist es aber auch ein tiefsitzendes Unbehagen. Wenn wir zum Beispiel von unserem Buch aus Lesungen machen, dann haben wir da 80, 90 Prozent der Menschen, die da drin sitzen, das sind kreuzbrave, bürgerliche Menschen. Und die haben so dieses Unbehagen, was ist, wenn ich in die Situation komme, dass mir ja keiner mehr zuhört, dass ich erzählen kann, was ich will, dass ich Briefe schreiben kann, was ich will. Und ich komme in die Situation, dass keiner wahrhaben will, was ich sage. Ich laufe gegen Gummiewände. Wenn man sich das anguckt, die Situation jetzt, das Wiederaufnahmeverfahren, und das passiert selten in der deutschen Justiz, also Sie haben es, Herr Strate, beantragt, haben Sie damit gerechnet, jetzt nach der Absage zunächst aus Regensburg, dass Herr Mollert so schnell herauskommen wird? Ja, also die Absage aus Regensburg ist ja ganz bezeichnend. Da haben sich drei Richter zusammengesetzt, viereinhalb Monate lang, nur um dann schließlich auf 113 Seiten darzulegen, dass alles rechtens war, was in Nürnberg geschehen ist. Ich habe das Ganze, was in Regensburg jetzt passiert, mal als Annotation des Unrechts bezeichnet. Also Sie haben Kommentare geschrieben, weshalb das alles rechtens war. Und das finde ich so unglaublich, dass Terroristen sich manns genug sind, noch einmal in dieser Weise all das, was dort Haarsträumend passiert ist, quasi zu bestätigen, zu bekräftigen. Gott sei Dank hat das Oberlandesgericht in Nürnberg, und das kam allerdings auch für mich und für uns unerwartet, dann sehr schnell die Reißleine gezogen, innerhalb von zwei Wochen. Die haben noch nicht einmal unsere Begründung abgewartet und haben wirklich dem Landgericht Regensburg einen Tadel ins Klassenbuch geschrieben. und in dem sie auch dann die Entscheidung in der Weise ausgesprochen haben, dass die Sache nicht an die gleiche Kammer wieder zurückgeht, was üblich wäre, sondern eine andere Strafkammer des Landgerichts Regensburg. Aber insgesamt ist es sehr, sehr schwer, Wiederaufnahmen durchzusetzen. Das zeigt sich hier. Die Justiz verteidigt sich selbst. Und selbst wenn es andere Richter sind, die jetzt über die Wiederaufnahme zu entscheiden haben, und das sieht das Gesetz auch vor, dass es andere Richter sind, sie verteidigen mit Zähnen und Klauen das, was damals gesprochen worden ist. Das ist immer wieder meine Erfahrung. Und das zeigt sich hier gerade in erschütternder Weise, natürlich auch in erfreulicher Weise die Wendung, die dann durch das Oberlandesgericht erhoben ist. Dieser Fall von Gustl Mollert wirft viele Fragen auf. Einige wollen wir heute Abend hier besprechen, aber einige wesentliche werden wir sicherlich nicht klären können. Das ist ganz klar. Denn über die ursprünglichen strafrechtlichen Vorwürfe gegen Gustl Mollert und über seinen Gesundheitszustand, darüber wird natürlich demnächst das Landgericht Regensburg in dem Wiederaufnahmeverfahren verhandeln und dann natürlich urteilen. Der Fall ist so komplex, deshalb wollen wir uns da noch mal jetzt etwas genauer mit beschäftigen. Der Fall Mollert, er ist einzigartig in der deutschen Justizgeschichte und ist, wie wir eben schon gehört haben von Herrn Strate, voller Widersprüche und Ungereimtheiten. Gustl Mollert und seine Frau Petra. Bilder aus besseren Tagen. Doch die Ehe bekommt Risse. Ein erbittert geführter Rosenkrieg beginnt. März 2002. Petra Mollert erstattet Anzeige. Sie behauptet, ihr Ehemann habe sie geschlagen, misshandelt und gegen ihren Willen festgehalten. Die Anklage, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Dezember 2003. Jetzt erstattet Gustl Mollert Anzeige, und zwar gegen seine Frau, die seit Jahren als Vermögensberaterin bei der Hypo Vereinsbank arbeitet. Der Vorwurf, seine Frau soll gemeinsam mit Kollegen bei Schwarzgeldgeschäften mitgewirkt und Bankkunden bei Steuerhinterziehungen unterstützt haben. Doch die Staatsanwaltschaft geht Mollerts Anzeige nicht nach und überprüft die Vorwürfe nicht. Was folgt, ist ein sich über Jahre hinziehender Prozess. Mollert muss sich vor Gericht verantworten. Für die Überprüfung seines Gesundheitszustandes muss er mehrfach, gegen seinen Willen, in verschiedene psychiatrische Einrichtungen. Im August 2006 spricht das Landgericht Nürnberg-Fürth Mollert zwar wegen Schuldunfähigkeit von den strafrechtlichen Vorwürfen frei, ordnet aber seine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie an. Mollert sei gemeingefährlich, so das Urteil. Doch der Sachverständige, auf dessen psychiatrischem Gutachten das Urteil fußt, hat Mollert nie persönlich untersucht. Und der Vorsitzende Richter Otto Brixner hatte in der Vergangenheit über einen Sportverein private Kontakte zum beruflichen Umfeld von Petra Mollert gehabt. Außerdem hatte er schon 2004 Mollert gegenüber der Steuerfahndung als unglaubwürdig bezeichnet. Das Urteil weist nach Meinung vieler Experten gravierende Mängel auf. Dennoch wird es 2007 in der Revision vom Bundesgerichtshof bestätigt. Anfang 2011, Mollert sucht öffentliche Hilfe. Ein Video wird aus der Psychiatrie geschmuggelt. Die Nürnberger Nachrichtenberichten und Journalisten des ARD-Magazins Report Mainz begeben sich auf Spurensuche. Sie enthüllen immer mehr Ungereimtheiten. Im November 2012 gelangt ein interner Revisionsbericht der Hypovereinsbank, der lange unter Verschluss gehalten wurde, an die Öffentlichkeit. Mollerts Vorwürfe der Schwarzgeldgeschäfte werden darin teilweise bestätigt. Der öffentliche Druck auf die Politik und die Justiz nimmt zu. Sollte hier ein anständiger Bürger mundtot gemacht werden? Bayerns Justizministerin Beate Merck weist alle Spekulationen zurück. Seine Gefährlichkeit ist der Grund dafür, dass er untergebracht ist. Doch im Frühjahr 2013 fordern sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft ein Wiederaufnahmeverfahren. Ein Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag überprüft den Fall Mollert. Am 24. Juli weist das Landgericht Regensburg die eingereichten Anträge auf Wiederaufnahme überraschend als unbegründet zurück. Doch bereits kurz darauf, am 6. August, kassiert das Oberlandesgericht Nürnberg diese Entscheidung. Gustl Mollert ist ab sofort ein freier Mann. Das Verfahren wird neu aufgerollt. Ja, viele Widersprüche, viele Ungereimtheiten. Herr Mollert, was erhoffen Sie sich jetzt von dem neuen Verfahren? Ja, wie gesagt, dass es wirklich rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht, dass alle Öffentlichkeit teilnehmen kann, dass alle relevanten Zeugen dementsprechend geladen werden, was damals nicht der Fall war. Ich habe jetzt einen Wahlverteidiger bester Güte und Art, wofür ich auch sehr dankbar bin, Herr Dr. Strade. Wenn ich das Glück nicht gehabt hätte, wäre ich nicht hier. Und ja, dann wäre ich als wirklich unbescholtener, freier Bürger, rehabilitiert aus dem Gerichtshall. Wie werden Sie den Vorwürfen der Anklage denn begegnen? Also der Vorwurf der Körperverletzung, der weitere Vorwurf, Sie hätten die Reifen von Widersachern zerstochen? Das wird entkräftet werden. Es ist nicht beweisbar und die Gegendarstellung wird das dementsprechende Ergebnis liefern. Kommen wir zu dem Punkt, dass Sie Ihre Frau geschlagen, misshandelt haben soll. Da haben Sie im ersten Prozess das nicht bestritten. Ihre Darstellung lautete dort, wir haben uns heftig gestritten. Sie geht auf mich los, Tritte und Schläge. Leider wehre ich mich. Das ist folgendermaßen zu verstehen, wenn Sie einen Schlag dementsprechend sich schützen, dann habe ich mich aus meiner Sicht gewehrt. Und das ist in der Richtung zu verstehen. Herr Strade, was kann bei einem neuen Prozess herauskommen? Also eigentlich kaum noch etwas. Die Freisprüche, die ja hier wegen nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit verkündet worden sind, sind rechtskräftig. Daran wird sich nichts ändern. Das ist ja das Absurde an dem Fall. Herr Mollert ist schon seit siebeneinhalb Jahren freigesprochen. Daran kann sich auch nichts ändern, weil es ein sogenanntes Verschlechterungsverbot gibt. Es kann sich das Urteil nicht verschlechtern, das ist jetzt schon... Es kann sich nichts verändern in der Richtung, dass er jetzt plötzlich für schuldig gesprochen wird, irgendwie der gefährlichen Körperverletzung oder Ähnliches. Es kann allein noch zur Debatte stehen, ob die Straftaten, die ihm damals vorgeworfen worden sind, soweit beweisbar sind, als sie wiederum auch Grundlage für eine Gefährlichkeitsprognose abgeben. Das könnte noch zur Debatte stehen. Faktisch glaube ich allerdings nicht, dass das auch eine Ansatzweise der Fall sein wird. Ich denke, auch wenn jetzt Herr Mollert große Hoffnung hat auf dieses neue Wiederaufnahmeverfahren, ich glaube, die Bayerische Justiz wird sich hier auf dem kürzesten und leisesten Wege aus dem Staubel machen. Und ich glaube auch, dass beispielsweise Frau... Wann rechnen Sie mit dem Wiederaufnahmeverfahren? Ich denke nicht vor Ende des Jahres, aber auch nicht sehr viel später. Gut. Wir wollen uns mal mit den Recherchen beschäftigen. Also wo wurden, wann, welche Fehler gemacht? Über diese Ungereimtheiten, da wollen wir ein bisschen reden. Herr Ritzer hat sich mit einem Kollegen, Olaf G. Biller, sehr lange damit beschäftigt, beide Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Wie und wann sind Sie auf den Fall aufmerksam geworden? Also der Fall Mollert geisterte ja schon 2011. Sie haben es ja in Ihrem Beitrag auch gezeigt, immer wieder durch verschiedene Medien. Und wir waren sehr skeptisch. Es spricht, auf den ersten Blick spricht alles gegen Herrn Mollert. Dass Menschen in der Psychiatrie sitzen und sagen, ich gehöre da nicht hin, das ist ein rechtskräftiges Urteil, die verworfene Revision, all die Dinge. Für uns war aus der Verschwörungsgeschichte eine Affäre Mollert geworden, in dem Moment, als wir Ende 2012, dann im November, Oktober, November, den Revisionsbericht der Hypovereinsbank in die Hände bekamen. Einen Revisionsbericht, der im Kern aussagt, alle Behauptungen, die Herr Mollert damals gemacht hat, bezüglich Schwarzgeldgeschäften, haben sich im Kern als wahr herausgestellt. Er hat Insiderwissen... Es wird immer so subsumiert unter dem Begriff Schwarzgeldgeschäfte. Es ging ja um mehr. Herr Mollert hatte ja die Anschuldigung erhoben, meine Frau und andere Mitarbeiter der Hypovereinsbank haben für reiche Kundengeld in die Schweiz geschafft. Und die Einzigen, die diesen Vorwürfen ja damals nachgegangen sind, die Staatsanwaltschaft wollte ja nicht. Die Einzigen waren ja letztendlich die Banker der Hypovereinsbank. Die haben ihre Revision dahin geschickt und haben diesen Bericht im März 2003 in Händen gehalten, wo eben diese Zusammenfassung so drinsteht. Man stellte zum Beispiel... Die Staatsanwaltschaft, die in die Schweiz transferiert wurden. Man stellte fest, da gibt es zum Beispiel einen Fall, da ist Geldwäscheverdacht. Es gab Hinweise darauf, dass steuerlich da Dinge nicht in Ordnung waren. Und es ist explizit ja auch davon die Rede, dass Herr Mollert ganz offenkundig über Insiderwissen verfügt. Und diesen Bericht hat ja die Hypovereinsbank geheim gehalten, was juristisch ja in Ordnung war, aber moralisch betrachtet natürlich sehr fragwürdig. Wieso sieht die Hypovereinsbank tatenlos zu, wenn sie seit 2003 weiß, dass da was dran ist, wie Herr Mollert immer wieder mit dem Argument, Schwarzgeld geredet ist, gleich Ausdruck seines Wahns in der Psychiatrieverschule. Herr Ritz, jetzt stellen wir uns mal vor, was wäre, wenn der Revisionsbericht von 2003, den Sie 2012 bekommen haben, früher öffentlich gewesen wäre? Herr Strate. Also wenn er schon 2003, 2004 bekannt gewesen wäre, dann hätten diese Vorwürfe, vor allen Dingen die Behauptung, dass Herr Mollert einem paranoiden Wahn erliegen würde, auf keinen Fall erhoben werden können. Das ist völlig klar. Ich möchte allerdings schon sagen, der Revisionsbericht, man muss natürlich einmal anfügen, warum hat nicht die Staatsanwaltschaft, der ja dieser Revisionsbericht schon seit Ende 2011 bekannt war, nicht da schon irgendwelche Aktivitäten entfaltet, um Herrn Mollert eine Rehabilitierung zu verschaffen. Des Weiteren ist es natürlich so, dass die Schwarzgeldtransfers im großen Stil... Können Sie das vielleicht auch gleich beantworten, wenn Sie das schon sagen, es lag denen vor, und warum sind die nicht aktiv geworden? Ja, das ist die große Frage. Es war so, dass... Ja, aber darauf haben Sie nicht gewonnen. Herr Braun, der hatte Ende 2011... Das war ein Freund, ein Zahnarzt aus Westfalen. Ja, der hatte Ende 2011 von sich aus auf den Revisionsbericht hingewiesen, hatte dann ein Wiederaufnahmeverfahren angeregt bei der Staatsanwaltschaft. Damit ist man in der Weise umgegangen, richtig finessenartig, wie es Juristen halt auch können. Man hat das als einen eigenen Antrag von Herrn Braun betrachtet, und das Landgericht Regensburg, die siebte Strafkammer, hat diesen Antrag als einen unzulässigen Antrag, weil er von einem einfachen Bürger kommt, zurückgewiesen. Die Petition war aber nicht Staatsanwaltschaftsgerichte. Wenn man hätte lesen können, lesen wollen, dann hätte man eben die Staatsanwaltschaft machen lassen können. Aber das tat man nicht, sondern man hat es ungefähnt. Aber ich hatte es sich nochmal verzögert. Herr Mollert, was würden Sie, wenn Sie sich das jetzt nochmal vergegenwärtigen und Sie in dieser Zeitraum, Revisionsbericht von 2003, liegt da acht, neun Jahre rum, wird nicht öffentlich. Dann bekommt der Herr Ritzer diese Unterlagen und interpretiert sie und schreibt darüber. Was würden Sie den damals Verantwortlichen der Hypovereinsbank gerne heute sagen? Ja, ich gehe mal davon aus, dass, was mir widerfahren ist, weithin bekannt war. Und ich muss sagen, ich habe da keinerlei Verständnis, dass man da letztendlich indirekt regelrecht mich über die perfideste Klinge hat springen lassen, die in Deutschland möglich ist. Es ist so unglaublich, was ich da erleben musste, dadurch mit diesem Freispruch, der unter Umständen die schlimmste Strafe darstellen kann in der Bundesrepublik Deutschland. Das kann dann bedeuten, bis zum Lebensende von diesen Ärzten und dem Personal abhängig zu sein. Wir wollen uns mal ein bisschen beschäftigen mit dem Urteil von 2006. Wir haben es eben gehört, die Vorwürfe an Otto Brixner. Das ist der Vorsitzende des Gerichts. Das entscheidende gerichtliche Urteil erging am 8. August damals, 2006. Und, Herr Strater, Sie erheben ja schwere Vorwürfe gegen Otto Brixner, dem Vorsitzenden Richter. Welche sind das? Das ergibt sich aus der Sache, also nicht aus den Personen. Gut, dann bleiben wir bei der Sache. Auf geht's. Welche Vorwürfe sind das? Also, in dem Wiederaufnahmegesuch, was ich gestellt habe im Februar, sind insgesamt 10 Fälle von vorsätzlicher Rechtsbeugung dargestellt. Der Schlimmste etwa ist, dass Herr Mollert faktisch unverteidigt war. Er hatte einen Anwalt, der Mollert selbst angezeigt hatte beim Gericht, dass angeblich Mollert ihm gegenüber zwar nicht tätlich geworden sei, aber er habe mehrfach heftig gegen die Tür gepocht, als er zu einem Besprechungstermin nicht hereingelassen wurde. Das hatte der Anwalt dem Gericht mitgeteilt. Das wurde dann sogar als Beweismittel benutzt, um die Sache an das Landgericht zu bringen. Ich weiß, die Bitte sogar des Pflichtverteidigers, bitte nimmt mich da raus. Ja, ja. Das ist der Herr Dolmani gewesen, der gesagt hat, ich fühle mich dieser Rolle nicht gewachsen. Wenn es denn so passiert ist, wie er es schildert, dann ist es auch völlig okay, dass er einen solchen Antrag stellt. Warum nimmt dann ein Richter diesen Antrag nicht an? Und wie steht er drauf? Der Anwalt war in einem offenkundigen Interessenkonflikt, aber trotzdem bleibt er im Mandat, er wird nicht entbunden, obwohl sowohl der Anwalt wie auch Herr Mollert das gemeinsam beantragt hatten. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Der Anwalt bleibt bis zum Schluss, bis zur Verurteilung, bis zu diesem fadenscheinigen Freispruch und der Anordnung der Unterbringung, der einzige Anwalt in diesem Verfahren. Er war faktisch unverteidigt. Schlimmer kann man jemanden nicht vor Gericht behandeln, dass er ihm noch nicht einmal die Verteidigung gibt. Gut, dann gehe ich mal gleich weiter zu dem nächsten Punkt. Otto Brixner hat es schon 2004 Herrn Mollert als unglaubwürdig bezeichnet. Wir haben das eben in dem Film gesehen. Auch gerade gegenüber Steuerbehörden. Wenn das schon eine kleine Vorverurteilung darstellt, wie kann dann der Richter tatsächlich unabhängig sein? Also er war ja gar nicht zuständig damals. Er wurde erst zuständig im Jahre 2006. Auch auf etwas komischem Wege. Da sind wir noch am Recherchieren. Aber in 2004 war er gar nicht zuständig. Er rief aber trotzdem bei der Steuer an, nachdem ein Steuerbeamter bei dem Landgericht nachgefragt hat, wer ist dieser Mollert. Irgendwie meinten die, die würden was wissen. Er rief dann zurück, gleich bei dem Leiter der Steuerverhandlungen. Das war ein ehemaliger Vendar von ihm. Und teilte mit irgendetwas über den Geisteszustand des Herrn Mollert. Jedenfalls im Ergebnis wurde dann in einem Aktenvermerk festgehalten, M-Punkt gleich Spinner, also Mollert gleich Spinner. Und dann noch von einem anderen Mitarbeiter Querulant. Daraufhin wurde die Akte geschlossen. Das waren die Anzeigen von Mollert aus Anfang Dezember 2003. Aufgrund dieser Anzeigen und der Daten, die damals schon mitgeteilt worden sind, laufen jetzt Ermittlungen in wenigstens 19 Fällen. Jetzt hat man es aufgegriffen. Im Februar 2012, nachdem die ganze Sache ruchbar wurde. Und das war damals Herr Brixner, der interveniert hatte, damit diese Ermittlungsverfahren, die von Mollert angerührt worden waren, eingestellt werden. Das ist der Fall. Dann kommen wir natürlich zu der Analyse. Also ist Herr Mollert wirklich wahnhaft oder gemeingefährlich? Es wurde eine Grundlage entwickelt. Und zwar ein Gutachten 2005 von Klaus Leipziger. Das ist der Leiter der Forensik in Bayreuth. Dort, wo auch Herr Mollert zum Schluss untergebracht war. Und aus dem das Gericht 2006 dann entscheidende Passagen übernommen hat. Aus diesem Gutachten. Herr Mollert, auf welcher Grundlage können Sie das mal beschreiben? Wurde dieses Gutachten erstellt? Ja, ich wurde ja 2005, nachdem ich ja schon 2004 bei einem Gutachter vorgeführt worden bin, in Anführungsstrichen, in dieses BKH durch Polizei verbracht. Und absolut... Das heißt das Bezirkskrankenhaus? Das Bezirkskrankenhaus in Bayreuth, wo dieser Herr Dr. Klaus Leipziger Chefarzt ist, zur Gutachtenerstellung. Die Umstände der Überstellung, das wäre ein Extrathema. Es ist unglaublich, wie ich von Polizei behandelt worden bin. Ich war vorher 24 Stunden in einer Zelle der Erlen-Stegen-Wache in Nürnberg. Und das wäre noch ein Extrathema, darüber zu sprechen. Sagen Sie es ruhig, wie Sie behandelt wurden in den 24 Stunden. Ja gut, ich wurde aus meiner Sicht, muss ich Ihnen sagen, regelrecht in meinem Haus überfallen. Die Polizei der Erlen-Stegen-Wache hat mehrmals meine Haustür aufbrechen lassen. Es war eine Situation, die mich an die dunkelsten Zeiten der Republik erinnert hat. Und insofern waren das Umstände, die derartig außergewöhnlich sind, die würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen. Und ich durfte nichts mitnehmen, ich durfte kaum ein Telefonat führen und war dann erst 24 Stunden in dieser Zelle. Und dann wurde ich am nächsten Tag überstellt in dieses Bezirkskrankenhaus, nachdem ich auch noch niedergeschlagen worden bin von Polizeibeamten in der Zelle. Es ist leider so, dass in Deutschland nicht vorgeschrieben ist, dass es da Videoaufzeichnungen verlässlich gibt von solchen Hafträumen. Und dann schlägt die Beweisnot leider zu. Bleiben wir nochmal bei dem Gutachten von Herrn Leipziger. Wie ist das zustande gekommen? Haben Sie sich begutachten lassen von Herrn Leipziger? Nein, nein. Mein Eindruck von dem Herrn Leipziger, den ich schon im Vorfeld gewonnen hatte, war denkbar schlecht, dass ich damit gerechnet habe, was er dann auch getan hat, dass vorher, bevor er mich schon jemals gesehen hat, feststand, was er mir für eine Diagnose geben wird. Woraus wird dann so ein Gutachten entwickelt? Wie gesagt, ich wurde dann gehalten in der Eingangsstation des BKH Bayreuth, also Bezirkskrankenhauses, das nennt sich dann FP6, für noch maximal fünf Wochen nach rechtlicher Rahmenbedingung. Das habe ich gewusst, dass das so sein wird. Und da bewegt man sich dann auf einem sehr kleinen Raum, 23 Stunden auf der Station eingesperrt, mit maximal einer Stunde Hofgang, auch in einem Hochsicherheitshofgang. Noch mal die Frage, Herr Mollert, wie kommt so ein Gutachten dann zustande? Der Herr Leipziger wirft Ihnen vor, Sie hätten sich verweigert, Sie hätten sich nicht begutachten lassen. Aber er muss ein Gutachten trotzdem erstellen. Schreibt er das dann aus älteren Gutachten ab oder wie entsteht das? Es war in jedem Fall so, dass ich den Herrn Leipziger, als ich am ersten Tag dort verbringen musste, erst mal nicht gesehen habe. So circa am zweiten Tag dieser Haftsituation de facto, taucht er auf, begrüßt mich und meint, wir werden ja jetzt noch öfters miteinander sprechen müssen, was logisch erscheint, wenn man ein Gutachten erstellen wollte. Dann war der Herr Dr. Leipziger nicht mehr zu sehen für Wochen. Und er kam dann erst, wo diese fünf Wochen am Horizont erschienen, wo ich freigelassen werden musste aufgrund der rechtlichen Grundlage und wollte dann noch schnell mich in einem Besprechungszimmer unter vier Augen regelrecht sein. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich spreche mit Ihnen gerne, aber nur unter Zeugen. Das wollte er nicht. Da gab es zwei Anläufe von ihm, die er auch über sein Personal bewerkstelligt hat. Und so kam das letzte Gespräch auch nicht zustande. Insofern hat er dann ein Gutachten gemacht, ohne mich persönlich in irgendeiner Form gesehen, gesprochen zu haben in größerem Umfang. Sondern er stützt sich offensichtlich nur auf Beobachtungen und Behauptungen seines Personals. Und natürlich die Aktenlage, die das Gericht ihm zur Verfügung gestellt hat. Herr Mollert, wenn man sich das jetzt anguckt, also Ihr Auftreten, auch gerade am Anfang vor dem Amtsgericht, als Sie aus NS-Prozessprotokollen vorgelesen haben. Das habe ich gar nicht gemacht. Das haben Sie nicht gemacht? Nein. Es wird immer wieder erwähnt, dass Sie sehr umfangreiche Briefe zum Beispiel an Steuerbehörden geschrieben haben, dass sich Ihr erster Anwalt, Herr Dolmani, wir haben eben darüber geredet, Ihr Pflichtanwalt körperlich bedroht fühlte von Ihnen. Können Sie nachvollziehen, dass Sie, Sie waren in der Ausnahmesituation, aber dass Ihr Verhalten auf die andere Seite auch bizarr gewirkt hat? Ja, wissen Sie, wenn Sie sich bei so einem schwerwiegenden Tatvorwurf und noch schwerwiegender im Raum stehend, man will irgendeinen Paragraf 63 unter Umständen aussprechen, dann muss ich Ihnen sagen, finde ich es nach wie vor skandalös, wenn man sich dann keine Zeit nimmt. Es wäre ja kein Problem gewesen von allen Beteiligten, wenn man mal ein direktes Gespräch gesucht hätte mit dem Herrn Mollert und dann hätte sich vieles nicht nur relativiert, sondern auch erklärt. Und die Darstellung, die da bisher in Protokollen wiedergegeben ist, entspricht nicht den Vorgängen. Und Sie sehen jetzt, ich glaube, ich mache einen relativ vernünftigen Eindruck und ich glaube auch, mit mir kann man reden und das war schon immer so. Das hatte sich nie geändert. Dass durch diese Vorkommnisse, die also wirklich an die Grenzen eines Menschen führen, im Gesamten betrachtet, dass man dann auch einmal irgendwann, ich sage es Ihnen, wie es ist, auf gut Deutsch, in einem gewissen Maß die Schnauze voll hat. Wenn man erleben muss, für mich gibt es kein Recht mehr. Und wenn man kommen sieht, und da gab es ja zwischendurch die Behauptung meiner früheren Frau, wir machen dich fertig. Nachdem ich nicht auf ihren Vorschlag eingegangen bin, da gab es vorher dann auch noch ein Angebot, ich soll meinen Mund halten bezüglich dieser Straftaten im Zusammenhang mit der Hypovereinsbank etc. Ich würde mit 500.000 dann aus der Sache rausgehen. Das war so zu verstehen, sie würde mir 500.000 von meinem Vermögen belassen. Darauf bin ich auch nicht eingegangen, weil ich dann dann schon wusste, was da offensichtlich einiges bezüglich eines anderen Mannes geschehen ist etc. Und dann erst kam ja auch meine Strafanzeige erst. Also diese Vorgehensweisen durch die Institutionen halte ich für kontraproduktiv, auch im Sinne der Institutionen. Jetzt gibt es natürlich auch, Kollegen, auch andere Journalisten, andere Stimmen zum Fall Mollat, wie zum Beispiel Beate Lakota vom Spiegel oder Otto Lapp vom Nordbayerischen Kurier. Auch Sie sehen grobe Fehler in dem Verfahren, kritisieren aber der Fall werde momentan so unkritisch und so undifferenziert in der Öffentlichkeit behandelt. Beate Lakota, mit der haben wir länger telefoniert, schrieb zum Beispiel am 1. Juli, etliches spricht dafür, dass Gustl Mollat vor sieben Jahren zu Recht als psychisch kranker Straftäter in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Das ist, wie gesagt, die Meinung der Kollegin vom Spiegel. Frau Lakota und Herr Lapp, die haben wir natürlich auch eingeladen, sind unserer Einladung nicht gefolgt, diese Entscheidung respektieren wir. Das sei an dieser Stelle auch gesagt. So, Frau Ziegert, Sie müssen mir jetzt helfen, in so einer Situation, wenn wir jetzt hören, da wird ein Gutachten nur aufgrund der Aussagen der Mitarbeiter erstellt. Es kommt nicht zu einem Gespräch mit dem Leiter der Anstalt, in diesem Fall mit Herrn Leipziger. Wovon läuft die Grenze zwischen, ich sag mal, verrückt sein, querulant und tatsächlich psychisch krank? Das sind ja beides Zustände, die nicht unbedingt der Norm entsprechen. Also, dass es durchaus üblich ist, dass ein Gutachter derzeit in Deutschland durchaus üblich ist, dass ein Gutachter aufgrund der Kenntnis der Aktenlage ein Gutachten erstattet, das ist einfach so. Das ist Realität. Da auch der Bundesgerichtshof hält solche Gutachten, die nur über das Ansehen oder auf der Aktenlage erstellt werden, um quasi so ein Stück weit den Rechtsfrieden da zu halten oder um halt der Justiz da nicht ein wichtiges Mittel aus der Hand zu nehmen. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein Gutachten nach Aktenlage oder ein Gutachten im Gerichtssaal über eine 20 Meter Entfernung einem Befund, gynäkologischen Befund auf 20 Meter entspricht. Also auch das, da würde der Frauenarzt angezeigt werden, wenn er da dann sagt, der Befund ist so und so. Aber Frau Ziger, das ist ja Praxis, wie ich gelernt habe in diesem Fall. Ja, das ist Praxis. Das ist ja nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals passiert. Das ist nicht nur ihm mehrmals passiert. Da kann ich Ihnen sehr viele Fälle nennen, wo dieser Befund auf so und so viel Meter Entfernung erhoben wird oder aber lediglich aus den Akten. Man kann mal aus den Akten etwas beschreiben oder kann mal Schlüsse ziehen, aber dann ist es natürlich immer wichtig zu wissen, dass es lediglich auf dem Akteninhalt passiert. Insgesamt ist bei so wirklich so wesentlichen Dingen wie eine Unterbringung im Maßregelvollzug über eine unbestimmte Zeit, es ist ja, der Paragraf 63 ist ja dieser berühmte Gummiparagraf, da gibt es ja kein Ende, wie Sie ganz richtig sagen. Für solche Dinge, glaube ich, ist da dann lediglich auf Aktenlage oder lediglich aus Äußerungen der Pflegekräfte schon kühn. Gut. Wir wollen das gleich noch mal ein bisschen genauer angucken, aber ich merke, dass die Rolle der Gutachter und die Arbeit der Gutachter eine ganz besondere ist, die wollen wir ein bisschen kritischer angucken. Die Geschichte von Gustl Mollert kann nicht erzählt werden, ohne auf die besondere Rolle der Gutachter tatsächlich einzugehen. Die psychiatrischen Gutachter spielen im Verfahren gegen Gustl Mollert eine entscheidende Rolle. Im Laufe der Jahre wird er von insgesamt sieben Sachverständigen begutachtet. Nicht zuletzt aufgrund solcher Expertisen kommt Mollert auf richterlichen Beschluss 2006 schließlich in die geschlossene Psychiatrie. Bereits 2003 attestiert ihm eine Gutachterin eine ernstzunehmende psychiatrische Erkrankung, ohne ihn jemals gesehen zu haben. Diese Vorgehensweise setzt sich später fort. Es ist ein Teufelskreis. Gutachter beurteilen, ohne Mollert zu treffen. Sie beziehen sich auf die Aktenlage und berufen sich auf frühere Gutachten. Etwa 2005, als Mollert vom Chefarzt der forensischen Psychiatrie in Bayreuth ein paranoider Wahn bescheinigt wird. Der Gutachter warnt ausdrücklich, dass vom Angeklagten weitere Handlungen gegenüber Dritten zu erwarten sind. Gesprochen hat er ihn nicht, weil Mollert immer wieder eine Zusammenarbeit mit Gutachtern verweigert. Tja, Herr Mollert, die Grundfrage vorweg. Warum haben sich immer fortlaufend also diesen Untersuchungen verweigert? Ja, ich muss Ihnen sagen, so vermessen es auch klingen mag. Mir war leider klar, was da angestrebt wird. Und je mehr man sich dann diesen Möglichkeiten ausliefert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr angebliche Beweise kreiert. Also es ist, muss ich Ihnen sagen, in meinem Fall und auch in manchen anderen Fällen nicht mehr nachvollziehbar, wie da gearbeitet wird. War es ein Fehler, dass es abgelehnt hat, Frau Ziegert? Ich weiß nicht, ob ich mich jemals würde begutachten lassen. Das sagen Sie als Begutachterin? Ja, eigentlich schon. Muss ich ernsthaft eigentlich sagen. Sie nehmen uns den Glauben, dass das wirklich funktioniert? Also das sind ja grundsätzliche Dinge, die es da gibt. Es wird begutachtet heute zur Schuldfähigkeit, nachdem jemand eine Tat begangen hat, bei der Frage, ist er psychisch krank, gesund, wird er untergebracht, im Maßregelvollzug oder kommt er ins Gefängnis. Und dann gibt es heute die Begutachtung zur Prognose. Und ich meine, die Idee des Herrn Mollert, dass er sagt, wenn ich da Beweise liefere, indem ich mich mitteile, die ist ja nicht schlecht. Die Idee, die hat was durchaus. Es setzt halt immer voraus, dass ich zum Gegenüber Vertrauen habe, dass der Psychiater mir Vertrauen einflößt. Und das ist wahrlich nicht selbstverständlich, dass ich zu jedem dieser forensischen Psychiater Vertrauen entwickeln kann. Gut, wenn das Vertrauen da ist. Entschuldigung, dass ich jetzt dazwischen gehe. Ja, machen wir ruhig. Wie entscheiden Sie, ob jemand gemeingefährlich ist oder nicht? Wie machen Sie das? Indem ich mehrere Stunden mit dem Menschen spreche, indem ich sorgfältig die Akten studiere, die es da jeweils dazu gibt und dann aufgrund meiner inzwischen sehr langen Berufserfahrung zu einem Ergebnis komme. Das machen Sie, wenn er sich verweigert und er sagt, ich will mit Frau Ziegert nicht reden. Das ist mir persönlich noch nicht passiert in diesen vielen Jahren. Es hat mal jemand gesagt, immer wieder mal auf Anraten meines Verteidigers spreche ich mit Ihnen nicht über die Tat, aber ich spreche über mein Leben. Das ist das Einzige, was ich kenne, wo ein Stück Verweigerung ansetzt. Aber ansonsten hat man mit mir eigentlich bisher gesprochen. Herr Ritzer, Sie haben die Gutachten alle studiert. Was ist Ihr Eindruck? Was haben Sie da gelesen? Also zum Ersten hat man so das Gefühl, dass viele Gutachter sich einfach so aufeinander verlassen. Und sonderlicher Eifer wurde da, glaube ich, im Fall Mollert auch nicht entwickelt, dass man Herrn Mollert, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, dann auch wirklich trifft, dass man hartnäckig ist und mal zu ihm hingeht und sagt, wollen Sie sich wirklich nicht mit mir unterhalten? Was mich noch mehr verwundert, Sie haben vorhin auf die kritischen Stimmen auch unter Journalisten hingewiesen, was mich noch mehr verwundert ist, wie manche Kollegen wissen heute, dass Herr Mollert vor sieben Jahren krank oder gesund war. Wir würden uns nie, Olaf Pschibilla und ich würden uns nie ein Urteil erlauben, ob Herr Mollert gesund war oder ist oder krank war. Sie meinen das, was ich von Frau Lakota eben zitiert habe, endlich gespricht dafür, dass Gustl Mollert, nehme ich an, dass Sie das meinen, vor sieben Jahren zu Recht als psychisch kranker Straftäter in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Ja, ich will ja keine Kollegenschelte betreiben, das liegt mir wirklich fern. Aber ich kann doch als Journalist nichts, wenn schon diese Gefechtslage da ist, dass also Gutachter, eine Gutachterin wie sie sagt, ich würde mich auch nicht begutachten lassen, dann kann ich als Journalist nichts sagen, Herr Mollert ist krank oder gesund, das steht mir doch überhaupt nicht zu. Gut, das ist der eine Punkt, aber mich interessiert einfach das Handwerk. Also was passiert da tatsächlich, wenn ein Gutachter von dem anderen abschreibt, wie in diesem Fall? Es gibt da einen Unterschied, das ist Hans Simmer gewesen, es gab einen Gutachter, den Sie zugelassen haben. Warum haben Sie den zugelassen? 2007 war das. Ja, das war offen gestanden auch eine extrem heikle Situation, denn das war ein zweiter Versuch, mich unter Betreuung stellen zu lassen. Diesmal initiiert und ausgelöst von den Ärzten des BKH Straubing, also das Bezirkskrankenhaus in Straubing. Das ist die offensichtliche Hochsicherheitsforensik, auch deutschlandweit genutzt, in Bayern, ja. Und da wurde dann plötzlich angestrebt, eine erneute Betreuung mit dem offenkundigen auch Ziel, eine medizinische Betreuung auszusprechen, dann müssen Sie damit rechnen, dass eine Zwangsmedikamentierung dann als nächstes ins Haus steht. Nochmal, und da haben Sie gesagt, haben Sie Zutrauen zu dem Herrn Simmer gehabt? Oder warum haben Sie sich entschieden, mit dem zu reden? Ja gut, wenn Sie über Jahre, da war ja schon etliche Jahre Insider-Erfahrung als Betroffener, und wenn Sie dann erleben, so viele unglaubliche Dinge, was Usus ist in diesen Anstalten, wenn Sie viele, viele Mitgefangene, ob es Männer oder Frauen sind, erleben und die Berichte glaubhaft und Aktenlagen mitstudiert haben, es ist sowas von desaströs, was vorkommen kann. Da muss ich Ihnen sagen, wenn Sie nicht wissen, es ist ein vertrauenswürdig arbeitender Gutachter, dann ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Wenn unter Umständen da was falsch gelaufen wäre und es würde jetzt da eine Betreuung allein ausgesprochen worden sein, dann wäre eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, so wie ich die Ärzte, die für mich zuständig waren und das Personal in Straubing auch, die hätten mich zwangsmedikamentiert und ich hätte den Herrn Beckmann und sein schönes Studio nie kennengelernt. Ich zitiere nochmal eben das Gutachten von Hans Simmerl aus dem Buch, es geht natürlich um die Zeit tatsächlich in Straubing, da sind wir jetzt. Mollert war kein Fall für Straubing, sagt Hans Simmerl heute. Es war, er war einer von seiner Persönlichkeit her sicher ein schwieriger Mensch mit querulatorischen Zügen, der deshalb einen problematischen Eindruck vermittelt hat, aber er war kein hochgradig gefährlicher Schwersttäter wie die anderen. Die anderen dort in Straubing, nehme ich an, das ist der Bezug. So, jetzt gibt es dieses Gutachten von Hans Simmerl. Warum hat das dann auch plötzlich keine Bedeutung, Herr Stratel? Also man hat das, man ist in so Verfahren wie jetzt von der Strafvollstreckungskammer, die damals in Straubing zuständig war, dass man jetzt wieder eine Korrifie des Faches beauftachte, jetzt Herrn Professor Kröber aus Berlin. Jetzt von der Charité in Berlin. Ja, und da vor allen Dingen auch mit dem Gutachtenauftrag kritisch zu dem Gutachten von Herrn Simmerl Stellung zu nehmen. Das heißt, das Gutachten von Simmerl wurde nochmal begutachtet von einem Kollegen in Berlin, in diesem Fall Hans-Ludwig Kröber. Ja, Kröber hatte kein Gespräch mit Herrn Mollert. Er war völlig zu Recht misstrauisch. Es war auch so, dass Kröber entgegen seinen Ankündigungen in seinen Büchern, nämlich man müsse sich am Tag vorher auch bei dem Probanden anmelden, kam er just an dem Tag, an dem er auch mit Mollert sprechen wollte. Das hatte noch zusätzlich Misstrauen bei Herrn Mollert hervorgerufen. Und es kam jetzt nicht zu einem Gespräch, so dass Kröber hatte ohnehin nur beschränktes Aktenmaterial. Das lässt sich ganz klar daraus entnehmen, dass er verschiedene Fälschungen des Ausgangsurteils nicht gegenkontrolliert hatte. Was ihn aber nicht daran hinderte, wiederum dem kleinen Gutachter aus Mainkoven doch vorzuhalten, er solle demnächst mal die Akten etwas genauer lesen. Er hat sozusagen die Kollegen gemassregelt. Dieses Gutachten von Kröber war dann letztlich wieder eine Mitschrift dessen, was Herr Leipziger zu... Herr Strater, um das zu verstehen, kurz vor Zieger dazwischen schalten, ist das Praxis, da schreibt einer ein Gutachten. Und dann kommt das Misstrauen, das wird an anderer Stelle wieder überprüft, das Gutachten über das Gutachten. Eine methodenkritische Überprüfung oder ich sage Qualitätskontrolle, das ist etwas, was in den letzten Jahren durchaus üblich ist, was ich auch für sinnvoll finde, weil psychiatrische Gutachten nie einer Kontrolle unterlegen sind. Die sind ja für das Gericht, für die Juristen erstellt worden. Ein Jurist kann selbstverständlich ein psychiatrisches Gutachten fachlich nicht überprüfen. Hat zwar viel Erfahrung, weiß inzwischen, was er da vor sich hat, aber er kann natürlich das fachlich nicht überprüfen. Und dass es da inzwischen Kollegen gibt, die dann auch ein Gutachten überprüfen, das tue ich auch. Das halte ich für hoch sinnvoll. Also es kommt aber immer darauf an, geht man sachlich auf die Sache ein oder fängt man an, jemanden zu beschimpfen oder zu diskreditieren. Es war ja hier so, dass der Kollege aus Mainkofen hatte sehr viel besseres Material. Nämlich er hatte das Gespräch mit ihm, während Kröber es nicht hatte. Er musste sich wieder auf die Akten stützen. Darf ich vielleicht noch mal einen Punkt sagen, der mir ganz wichtig erscheint. Diese ganze erste Begutachtung von Herrn Leipziger war schlicht verfassungswidrig. Es war bei den Psychiatern damals schon bekannt, aber sie ignorieren es immer wieder. Genauso wie es auch der Amtsrichter ignoriert hat, als er Herrn Mollert vorläufig unterbrachte. Das Bundesverfassungsgericht hat schon im Oktober 2001 gesagt, dass die Unterbringung, zwangsweise Unterbringung, solange der Beschuldigte nicht mitwirken will, verfassungswidrig ist. Das ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Deshalb all diese Beobachtungen, und darauf stützt sich es allein, die Beobachtung beispielsweise, dass Herr Mollert in seinem Zimmer sitzt, Tee trinkt und sein Brot isst. Das wurde alles notiert. Alle diese Notizen, alleine nur diese Notizen sind dann Grundlage des Gutachtens geworden, das dann später von allen weiteren Psychiatern immer wieder abgeschrieben worden ist. Das beruhte auf einem verfassungswidrig, gesetzeswidrig gewonnenen Untersuchungsmaterial. Wenn das verfassungswidrig ist, ist es trotzdem Praxis? Frau Ziegert? Ja, es ist durchaus Praxis. Es geht aber nicht. Naja, das ist ja wieder ein zweites Thema, dass es nicht geht. Aber es ist Praxis. Das Gegenstand einer Strafanzeige, die ich sowohl gegen Herrn Leipziger wie auch gegen den damals anordnenden Amtsrichter gestellt habe. Da hat sich die bayerische Justiz drüber gewundert, weil sie in der Tat meinten, die Exploration, die Unterbringung sei gerade zur Erzwingung der Exploration erforderlich. Das steht sogar in einem Bescheid der Staatsanwaltschaft Bayreuth, was durch den Generalstaatsanwaltschaft Bayreuth ist verfassungswidrig. Kurze juristische Zwischenfrage, möglicherweise naiv, aber vielleicht doch richtig. Warum wurde das Urteil nicht in der Revision zum Beispiel 2007 vom Bundesgerichtshof kassiert? Weil die das halten. Ja, bitte. Weil die das halten. Weil es in Deutschland so üblich ist, dass ein Gutachten, was auf Halbwegsaktenlage oder auf überhaupt nicht Kenntnis des Menschen erstattet wird, das wird vom BGH gehalten. Und das ist so üblich. Ja, der Kollege hatte das auch nicht vorgetragen. Und so wie Sie auch sagten, ich würde mich nie explorieren lassen, ich würde auch nie zum Anwalt gehen. Also das war eine katastrophale Revisionsbegründung. Da wundert man sich nicht, dass die auch dann verworfen wurde. Gut, nach dieser Erfahrung, Herr Mollert, und das, was wir jetzt eben diskutiert haben, werden Sie für das neue Verfahren sich psychiatrisch untersuchen lassen? Ja gut, das ist natürlich so eine Frage, ja. Mit Sicherheit, wenn überhaupt, muss ich mir sicher sein können, dass da jemand dann auch tatsächlich auf wissenschaftlicher Grundlage, die ja nicht auszuschließen ist, objektiv und wahrheitsgemäß tätig wird und tätig werden kann. Dass es sich keinen möglichen Beeinflussungen beugt und die Wahrheit feststellt. Und darüber hinaus, sicherheitshalber, möchte ich grundsätzlich darum bitten, dass da eine Person meines Vertrauens dann dabei wäre, wenn die Voraussetzungen überhaupt in Frage kommen und dass eine Aufzeichnung in Wort und Bild ermöglicht wird, die mir dann auch uneingeschränkt zur Verfügung steht, damit ich auch Ihnen zeigen kann, wie ich mich in so einer Situation verhalten habe. Aber wie gesagt, das muss man dann sehen. Ich muss mich natürlich auch abstimmen mit dem Herrn Rechtsanwalt Dr. Strade. Herr Strade, raten Sie ihm dazu? Natürlich nicht. Warum nicht? Aber weil es nicht notwendig sein wird. Das ist einfach mal meine auf Erfahrung gestützte Einschätzung, wie die Bayerische Justiz mit diesem Fall umgehen wird. Was ich vorhin schon andeutete, die werden klein klein machen und versuchen sich wirklich bei allem Respekt vor der Kammer, die jetzt zuständig ist, aber man wird versuchen, sich ziemlich schnell aus dem Fall Mollert davon zu stehlen. Und da wird man nicht groß noch mit Gutachtern kommen und Ähnlichem. Das wird man wirklich... Dessen sind Sie ganz sicher? Also meine Einschätzung jetzt in diesem Fall haben sich bislang fast immer bestätigt. Was mich irgendwie sehr fragend zurücklässt, ist die Rolle der Gutachter. Also, wie arbeiten Gutachter? Frau Ziegert, können Sie uns das schildern? Wie verlässlich können Gutachter tatsächlich die Psyche eines Täters einschätzen? Also mir ist noch eine Anmerkung wichtig, auch zur Frage Auswahl Gutachter und so. Jeder... Also die Szene der Gutachter in Deutschland ist begrenzt und übersichtlich. Zumindest in den größeren Geschichten. Qualitativ oder quantitativ? Erstmal quantitativ übersichtlich. Und dann weiß man auch inzwischen in den Einrichtungen, sei es im Maßregelvollzug, sei es im Gefängnis, man weiß, was von einem Gutachter zu halten ist. Jeder Gutachter hat einen Ruf. Und nach diesem Ruf wird gewählt, nicht nur im Maßregelvollzug, in den Anstalten, sondern auch in der Justiz. Das heißt also, bei diesen zwei Bereichen, die ganz wesentlich von den Gutachtern, also wichtig sind im Rahmen der Begutachtung, zur Schuldfähigkeit und zur Prognose gibt es eine kleine, also überbegrenzte Zahl von Gutachtern, die in ihren Einschätzungen und in ihrer Persönlichkeit und in ihren Haltungen und Werten bekannt sind. Das heißt also, die Justiz weiß, wenn sie den, den oder den beauftragt, ein Stück weit was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Und wir Psychiater sind entscheidend. Wir entscheiden, ob jemand in Lebenslang, also nehmen wir an, Tötungsdelikt, ob er lebenslang untergebracht wird, also lebenslang bekommt oder ob er nach Paragraf 63 Maßregelvollzug lebenslang untergebracht wird, ob er eine zeitige Freiheitsstrafe kriegt. Bei der Prognose entscheiden wir, geht er raus, bleibt er drin, bleibt er noch lang oder kurz. Das heißt, diese Macht, die wir da haben, Kraft dieser psychiatrischen Untersuchung, die will sich die Justiz nicht gern aus der Hand nehmen lassen. Und dann gibt es die persönliche Zuordnung, in bestimmten Gerichtsbezirken sind es bestimmte Gutachter, eine Handvoll, die ausgewählt werden. Und je nachdem, welches Ergebnis ich erzielen will, wird zum Teil immer mal wieder der Gutachter danach ausgewählt. Das heißt, der Richter selber sucht sich den Gutachter aus und weiß, um die Staatsanwaltschaft zu erstes. Aber das heißt, die wissen ganz genau, das ist der Gutachter, der in den Fällen zuvor schon mal so und so getickt hat bei den harten Fällen. Und der passt jetzt genau und bringt mir das Urteil. Noch dazu sind zahlreiche Gutachter ausschließlich Gutachter. Das heißt, die leben davon, dass eine Staatsanwaltschaft, zum Beispiel Hamburg, Berlin, Köln, große Staatsanwaltschaft, viele Aufträge schickt. Und dieser Gutachter wird, nachdem er persönlich zugeordnet wird, darauf achten, dass er nicht in Ungenade fällt bei dieser Staatsanwaltschaft. Sie sind auch Gutachterin, halten sich aber für unabhängiger. Weil ich nicht nur Gutachter bin, sondern noch ganz wesentliche Arbeitsbereiche daneben habe, als Therapeut, als Lehranalytiker und Supervisor. Das heißt also, für mich ist die Begutachtung vielleicht ein Drittel meiner Tätigkeit. Breche die weg, wäre ich in der Lage, meine kassenärztliche Praxis hochzufahren, mehr Patienten anzunehmen, als ich es bisher kann, weil ich eben noch nebenbei viel begutachte. Und dann bin ich davon unabhängig. Das heißt, ich kann mir den Luxus leisten, durchaus zu sagen, was ich für richtig halte oder was ich für sinnvoll halte. Ich brauche mich nicht anzupassen. Sind Sie da so eine Sonderperson? Ecken Sie damit an? Gegen die anderen Gutachtern? Das ist bei den Gutachtern vielleicht nicht, aber vereinzelt bei der Stadt. Aber eben haben Sie mächtig aus dem Nähkästchen geflautert. Also ob Sie weiterhin empfohlen würden, das weiß ich nicht. Trotzdem. Gut, das sind Dinge, die aber jedem, der in der Szene arbeitet, ist das, was ich sage, ganz genau bekannt. Das ist völlig klar. Das ist die Praxis. Das weiß die Öffentlichkeit nicht. Darüber wird nicht gesprochen. Das interessierte bisher nicht. Was mich auch überrascht, dass diese Abhängigkeit, die Sie beschrieben haben, zwischen Richterstaatsanwaltschaft und den Gutachtern, da hat jeder seine Spezies. So habe ich das verstanden. Haben Sie diese Abhängigkeit auch entdeckt? Beim Lesen der ganzen Unterlagen der Gutachten? Also wenn man da so als Nicht-Gutachter, Nicht-Jurist, da auf diesen Fall schaut, dann wundert man sich eigentlich ständig, wenn man Akten liest. Weil man ständig in Abgründe blickt. Ich konnte mir vorher, um das Thema nochmal kurz anzuschneiden, ich konnte mir nie vorstellen, dass Menschen in der forensischen Psychiatrie weggesperrt werden, über Jahre hinweg, wie das bei Herrn Mollert geschehen ist, die nicht untersucht wurden, wo sich Leute hinsetzen und anhand von Akten allein irgendwelche Gutachten schreiben. Das halte ich für dermaßen unglaublich. Und ich muss Ihnen auch sagen, das ist auch etwas, was zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt bei den unglaublich vielen Reaktionen, die wir auf unsere Berichterstattung und das Süddeutschland auch das Buch jetzt haben, dass Menschen gibt, die sagen, ist das wirklich so? Das können wir uns nicht vorstellen. Und das nährt auch dieses Unbehagen. Und es gibt ein unglaubliches Unbehagen, das sich jetzt in den Reaktionen auf den Fall Mollert, auf die Berichterstattung äußert, ein unglaubliches Unbehagen gegenüber psychiatrischen Gutachtern, gegenüber Gerichten und gegenüber den Mechanismen, die da ablaufen, wo man so das Gefühl hat, da ist auch sehr, sehr viel Schema F drin. Da geht es oft nicht um den Einzelfall, da wird ein Gutachter und dann wird auch nicht hinterfragt, wie wird dieses Gutachten erstellt, hat er nur Akten gelesen, hat er sich stundenlang mit dem Menschen unterhalten. Und da ist ein sehr, sehr großes Unbehagen da bei vielen Menschen. Das heißt, diese Erfahrung, die Sie jetzt gemacht haben durch die Recherche und diesem vielen Lesen der Gutachten, sind Sie auch zu der Meinung gekommen, dass dieses kein Einzelfall sein kann? Also ich hüte mich immer so mit absoluten Urteilen, aber ich habe doch sehr das Gefühl, ja, ich habe das Gefühl und es ist auch so, wir haben inzwischen an die 100 Fälle auf dem Tisch, wo uns Menschen schreiben, ich bin ja ein zweiter Fallmollat. Und da sind auch Fälle dabei, wo ich so das Gefühl habe, da gibt es Strukturen, die ähnlich gelaufen sind, da sind Dinge oft ähnlich gelaufen und das lässt schon ein großes Unbehagen zu sein. Frau Ziegert, Sie haben eben genickt. Naja, ich kann das bestätigen. Also ich habe zahlreiche vergleichbare Fälle und ich habe in letzter Zeit viel mit einem Herrn zu tun, der auch im Maßregelvollzug seit 19 Jahren inzwischen untergebracht ist, weil er gelegentlich wenige Mal in seinem Leben sein Glied hergezeigt hat. Das ist die Frage der Verhältnismäßigkeit. Natürlich relevant. Der ist trotz eines Gutachtens von mir, wo ich dringend empfohlen habe, und dass man den Versuch einer Entlastung wagt, das ist... Ich möchte auch noch einen Gedanken anfügen. Diese Frage, wie viele solche Fälle gibt es? Wir haben es ja hier aus journalistischer Sicht mit einem totalen intransparenten Raum zu tun. Sie müssen mal versuchen, als Journalist in eine forensische Psychiatrie zu kommen. Wir haben Herrn Mollert ja einige Male besucht. Da landen Sie in einem Besprechungsraum. Ich habe einmal im Rausgehen, weil er sich nicht sicher war, einen Pfleger, der uns an die Tür geleitet hat, gefragt, was hat er denn jetzt für eine Zimmernummer? Da war er sich jetzt nicht mehr ganz sicher. Nicht mal das können Sie erfahren. Wir haben es hier mit einem Raum zu tun, der sich zum Beispiel der Betrachtung durch Journalisten fast nahezu entzieht. Da sind Gefängnisse viel transparenter als forensische Psychiatrien. Das heißt, Sie haben hier auch keine Öffentlichkeit. Und Sie sind darauf angewiesen, auf Schilderungen. Das heißt, und da kommt jetzt jemand raus, wie Herr Mollert oder auch andere, andere, die jetzt nicht die Publicity haben, die Herr Mollert hat. Und dann heißt es, na ja, kann man dem glauben? Der war ja in der Klapse, taugte als Quelle. Da spielt sich unheimlich viel im Verborgen. Deshalb lass uns die Gelegenheit nutzen, über wirklich die Erfahrung von Herrn Mollert in der Psychiatrie reden. Da waren so viele unterschiedliche forensische Psychiatrien untergebracht. Also sieben Jahre in ganz verschiedenen Einrichtungen. Wie sieht da der Alltag aus? Ja gut, das gestaltet sich natürlich auch unterschiedlich. Das kommt ganz darauf an, auf welcher Station Sie sich befinden. Und wie Sie individuell Möglichkeiten bekommen, was Sie überhaupt tun dürfen. Erzählen Sie mal von Möglichkeiten, die Ihnen angeboten werden. Jetzt zum Beispiel, ich war ja relativ kurz dann nur ab 27.02.2006, wo ich mich ja gestellt hatte und kam dann in diese Unterbringung. Und selbst diese Tatsache der Selbststellung wird ja im Urteil falsch dargestellt und wiedergegeben. Selbst das ist eine Lüge im Urteil. Und dann war ich erst kurz für wenige Tage in diesem BKH Erlangen und dann wurde ich überführt, diesmal ordentlich, mit ordentlichen Polizeibeamten und einem dementsprechenden Polizeifahrzeug, das tauglich ist, zu diesem BKH Bayreuth. Da war ich dann also ab Anfang März 2006. In diesem Bezirkskrankenhaus in Bayreuth. Dann im April schon wurde da eine regelrechte konzertierte Aktion entmündigen und regelrecht, ich nenne es so, wie es ist, deportieren in dieses BKH Straubing. Und dann war ich drei Jahre in diesem Hochsicherheitsgefängnis de facto im BKH Bezirkskrankenhaus Straubing gehalten. Was durften Sie da, was durften Sie nicht? Ja, zum Beispiel kommt es wie gesagt darauf an, wo Sie sich befinden. Üblicherweise gehen Sie durch eine Eingangsstation. Da haben Sie die höchsten Einschränkungskriterien. Da ist dann üblicherweise erst einmal 23 Stunden in einem Haftraum. Das nennt man immer Patientenzimmer. Aber es ist da nichts anderes wie eine Zelle in einem Gefängnis. Und dann haben Sie eine Stunde Hofgang. Da ging es am Anfang dann relativ schnell in eine weitere Station. Die hieß damals A2. Und da war das einzig Richtige, dass man das als Jugendstation bezeichnet hat. Und das entspricht meinem Naturell. Ich meine, die Stellungnahme aus Bayreuth... Das ist unverständlich gewesen, gell? Ja, bitte. Erklären Sie uns. Nee, also zu dem Zeitpunkt war die A2 in Straubing als Jugendstation bezeichnet, weil die meisten untergebrachten junge Menschen waren. Und ich will damit sagen, ich bin grundsätzlich eigentlich jung und sehe natürlich so aus, wie viele Jahre ich dementsprechend habe. Gut. Aber das ist eigentlich ein Scherz. Ich will aber trotzdem noch mal zurückkommen auf das, was Sie als Bedingung geschildert haben. Es gibt eine Stellungnahme, nicht aktueller Art, sondern im Mai, von dem Bezirkskrankenhaus in Bayreuth, die gesagt haben, also was den Vorwurf sozusagen der nächtlichen Störung betrifft, dass jede Stunde jemand reingekommen wäre, kein Patient der Klinik wäre zu sagen, die, wie öffentlich dargestellt, nachts zweistündig oder gar stündlich geweckt. Richtig ist vielmehr, dass wir in Krankenhäusern üblich in der Zeit der Nachtruhe zwischen 23 Uhr und 5 Uhr Mitarbeiter des Pflegedienstes einen Kontrollgang unternehmen. Ich unterstelle ja diesem System und den handelnden Personen nicht, dass die das Ziel haben, gezielt Menschen aufzuwecken. Die bestätigen ja die Richtigkeit meiner Aussage, dass nachts Kontrollen gibt. Hat es das gegeben bei Ihnen, dass Sie regelmäßig... Selbstverständlich, klar. Im BKH Straubing ist obligatorisch gewesen, eigentlich auf allen Stationen. Da gab es dann, das ist ein gewisser Vorzug, ausschließlich einzelne Patientenzimmer, also Hafträume, die dann nachts je nach Station abgeschlossen sind und abgesperrt sind. Die haben dann für nächtliche Kontrollen dementsprechende Glasscheiben in etwa so einer Größe in der abgesperrten Tür. Und in meinem Fall und in allen anderen Fällen war es obligatorisch, dass da jede Stunde eingeleuchtet wurde durchs Personal zur Nachtkontrolle. Es war gewünscht und eigentlich erzwungen, wenn man das nicht gemacht hat, dass man auch so liegt, dass die Augen in Richtung dieser Tür zeigen. Und wenn man da prophylaktisch versuchen wollte, dass nicht möglich ist, dass einem direkt in die Augen gestrahlt wird, sich andersrum ins Bett gelegt hat, das ist schon gemaßregelt worden. Das andere ist sozusagen der Hofgang. Sie haben irgendwie gesagt, nur eine Stunde Hofgang pro Tag. Auch da sagen die Verantwortlichen hier in der Stellungnahme aus Barreuth, das sei ganz anders gehandhabt worden. Da gäbe es große Freiheiten und keine Bescheidung. Wie gesagt, es geht ja im Moment um den Herrn Mollert. Und grundsätzlich, und da wäre es schön, wenn man da Verantwortliche mal hier am Tisch hätte und wenn die in aller Öffentlichkeit nachweisbar zur Rede von mir gestellt werden könnten, dann müssten die, wenn sie nicht lügen, zugeben, dass es obligatorisch ist, dass in der Eingangsstation niemand länger erst einmal bei der ersten Stufung, die die da offensichtlich haben. Das ist auch auf anderen Stationen so. In meinem Fall war es wirklich jahrelang, war nur möglich ein einstündiger Hofgang. Und die nennen das grundsätzlich Gartengang. Und ich war Hofgängen ausgeliefert, zum Beispiel gerade im BKH Bayreuth. Der hatte 60 Schritte im L und hatte so eine Situation mit hoher Betonmauer auf der einen Seite, auf der anderen Seite das mehrstöckige Gebäude. Bei der Betonmauer drei Wicklungen, NATO-Stacheldraht drüber mit Kameras. Also da habe ich Mitgefangene kennengelernt, die dann gemeint haben, obwohl sie jahrzehntelang schon glaubhaft Haftsituationen hatten. Ich würde uns erzählen, wer waren die anderen Patienten? Ja, das ist ganz unterschiedliche Menschen. Also das setzt sich zusammen in einem Spektrum. Wenn Sie in der Eingangsstation sind, haben Sie Menschen in U-Haft-Situationen auf solchen Stationen, wo es noch kein Urteil gibt. Dann gibt es Menschen, die abgeurteilt sind, die teilen sich in Paragraf 63, wo es sogenannte Freisprüche dann gibt, aufgrund von geistlicher Problematik, mit mehr oder weniger Schuldunfähigkeit für die Straftat. Und es gibt nach Paragraf 64 StGB Verurteilte, die beurteilt worden sind, dass ihre Straftat in Einfluss von Drogen oder Alkohol entstanden sind. Und die haben dann ein dementsprechendes, weitgefächertes Tatprofil oder Arten von möglichen Straftaten. Das ist die ganze Palette, die Sie sich vorstellen können, die an Strafgerichten vorkommt. Jetzt ja die Frage, wenn man dort ist, gibt es Therapien? Also gibt es Behandlungen oder es wird alles nur medikamentös gemacht? Also ich muss Ihnen sagen, grundsätzlich ist ein offenkundiges Ziel, möglichst immer zu medikamentieren. Es ist wirklich die Ausnahme, dass jemand es schafft oder das passiert, so wie bei mir, dass da Medikamente unterbleiben. Es ist feststellbar... Sie haben das verweigert. Ich nehme diese Medikamente nicht. Selbstverständlich, ja. Weil wissen Sie, ich war vorher nicht blauäugig und das, was ich in kürzester Zeit habe erleben müssen, das ist so entsetzlich, diese sogenannten Nebenwirkungen, die ja selbst die Hersteller dieser Medikamente bereit sind, preiszugeben. Ich bitte jeden, das durchzulesen. Und wenn Sie dann darüber hinaus diese Nebenwirkungen anhand von mitgefangenen Patienten miterleben müssen, es ist unglaublich. Das ist letztendlich medikamentös eingesperrt im eigenen Körper. Zwangsbewegungen werden ausgelöst. Die Menschen können ihren Speichelfluss nicht mehr kontrollieren, ja. Die Menschen machen in die Hose. Die Menschen haben keinen Sexualtrieb mehr. Das wäre vielleicht nicht das Schlimmste. Aber die Palette ist sowas von weit, es ist unglaublich. Langzeitschäden jeglicher Art, Herzprobleme, auf Organe gehen die Dinge. Der Vorwurf von Herrn Mollert ist ja eben knallhart gewesen zu sagen, also da wird nur über Medikamente gearbeitet. Nur nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich war ja noch nicht fertig. Das hat er, glaube ich, so habe ich ihn auch nicht verstanden. Nur ist sicher nicht richtig. Aber das ist die, die Psychiatrie als solches bietet Medikamente, Diagnose und Medikamente. Und dann käme der psychotherapeutische Teil. Wie wichtig sind Medikamente? Die Medikamente sind wichtig. Ich habe jetzt gerade einen Mann begutachtet, Jahrgang 67, der hat jemanden in der akuten Psychose getötet, völlig aus heiterem Himmel quasi, und ist dann medikamentös behandelt worden. Der ist heute ohne Psychose. Der ist wieder in der Realität. Der hat eine sehr qualifizierte Ausbildung machen können, weil er einen hohen IQ hat. Den kann man jetzt auf der Grundlage der Medikamente rauslassen, aus dem Maßregelvollzug. Aber der hat auch wunderbar auf Medikamente angesprochen, beziehungsweise der hatte quasi einen Beinbruch, den man schienen konnte, der geheilt ist. Jemand, der aber keinen Beinbruch hat, den man schienen kann, und dann ist er heile, sondern der ohne Beinbruch in den Maßregelvollzug kommt, das ist die Frage, was will man da machen. Und da kann man dann bei bestimmten Individuen eine Psychotherapie anbieten, oder aber es gibt auch, also da greifen Medikamente überhaupt nicht, weil er keine Krankheit hat, für die Medikamente geeignet sind. Dürfte ich was fragen? In dem konkreten Fall, Frau Dr. Ziegert, ist Ihnen da bekannt, dass dieser Herr nach wie vor auf Medikamente angewiesen ist? Ja, der wird auch noch länger darauf angewiesen sein. Der zeigt eine hohe Bereitschaft, die Medikamente zu nehmen, weil er die Angst in der Psychose, also in der schizophrenen Psychose, weil er extrem darunter leidet, und weil ihn das entlastet. Also die meisten Menschen sind ja dann bereit, wenn die Medikamente indiziert sind, mitzuarbeiten, oder viele. Gut. Wahrlich nicht die meisten, aber viele. Herr Moller, wir haben jetzt über die Behandlung, über Therapie, oder nicht vorhandene Therapie, ein bisschen geredet. Ich frage mich, wie haben Sie es geschafft, in dieser Zeit irgendwie, in dieser langen Zeit, nicht den Mut zu verlieren? Hatten Sie jemanden, mit dem Sie Kontakt halten konnten? Das war natürlich auch eine schwierige Situation. Ich hatte da niemand, und das erklärt sich folgendermaßen, als dieses Unheil, diese mehr als für mich Naturkatastrophe, über mich hereinbrach. Meine frühere Frau war für mich auch ein gewisser Punkt, das war der Mensch, nach meiner Mutter, die leider vorher ja schon länger verstorben war, dem ich absolut vertraut habe. Wenn meine frühere Frau mir ein Schriftstück vorgelegt hat, da habe ich kaum gefragt und unterschrieben, ohne was zu lesen. Das halte ich auch für selbstverständlich, denn wenn Sie Ihre Ehefrau in Frage stellen müssen, dann wage ich zu behaupten, dann stimmt was nicht. So können vielleicht andere leben, das ist für mich zu akzeptieren, aber für mich war das so. Und als diese Apokalypsen sich Stück für Stück darstellten, das war das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Es war mir nicht möglich, erst einmal darüber zu sprechen. Ich habe da eine Loyalität, auch selbst heute noch in einer gewissen Art, dass mir das höchst, höchst unangenehm ist. Und da brauchen Sie einen gewissen, ich zumindest, brauchte da einen wirklichen Prozess. Ich konnte erst über dieses Desaster fast nicht sprechen. Also mich zu offenbaren, selbst einem guten Freund gegenüber, das war mir erst einmal gar nicht möglich. Die Rolle der Politik ist so ein Fall wie der von Gustl Mollert, auch woanders möglich, darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Aber Herr Ritzer, wie hat sich die Politik in diesem Fall verhalten? Also im Zentrum der Kritik steht jetzt die Justizministerin, Frau Merck. Nach den Recherchen, die Sie unternommen haben, wie bewerten Sie die Rolle? Also, dass Frau Merck jetzt so tut, als ginge ja das Wiederaufnahmeverfahren auf Ihre Initiative und Ihre Idee zurück, das ist für mich an politischer Dreistigkeit eigentlich nicht zu überbieten. Frau Merck hat über Monate hinweg, wir haben das ja in Ausschnitten auch gesehen, über Monate hinweg Herrn Mollert für gefährlich erklärt. Sie hat gehandelt nach dem Motto, es gibt ein rechtskräftiges Urteil, was rechtskräftig ist, ist richtig. Und es lagen eher frühzeitig Hinweise vor, darauf, dass neue Zeugen, Herr Braun, der vorhin schon kam, dass da einiges schiefgelaufen ist. Und sie hat sich so nach meinem Dafürhalten und wenn man auch mal diese Protokolle, wenn das Thema im Landtag war, im Rechtsausschuss nachliest, sie hat sich dem kategorisch verweigert. Und ich finde es wirklich dreist, dass sie jetzt so tut. Was ist der Hintergrund? Warum hat sie sich verweigert? Wollte sie die Justiz einfach sozusagen als oberste Ministerin schützen? Also entweder hat sie ein Apparat, der sie einfach schlecht informiert hat oder es ist eine Form von einer bestimmten politischen Sturheit, einem falsch verstandenen Mirs an mir. Darüber zu spekulieren, da muss man sich selber fragen. Aber sie ist ja leider heute nicht hier. Na, Frau Merck, haben wir natürlich eingeladen. Wir haben uns auch mehrfach versucht. Ich hätte gerne mit ihr diskutiert. Ja, wir haben viel telefoniert. Aber sie sagt, sie hätte heute einen wichtigen Termin, einen Wahlkampftermin. Und was hätten Sie denn gern von Frau Merck gewusst heute? Ja gut, grundsätzlich glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes, sprach und spricht Frau Merck für sich. Was man öffentlich registrieren konnte, schon vor über einem Jahr, die Statements, die sie abgegeben hat, über meine Person und diesen Fall, die sind, glaube ich, 180 Grad konträr zu dem, wie es es jetzt, ich muss leider sagen, zum Besten gibt. Und ob das von mir interpretiert werden muss, ich glaube es fast nicht. Sie hätten keine konkreten Fragen an Frau Merck? Ja gut, was soll man da noch sagen? Also die Eindrücke, die ich gewonnen habe, ich sage es Ihnen, wie es ist, ich habe wirklich das Gefühl, auch wenn das jetzt unverschämt klingt, da ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Also so zu agieren und so schlecht dann letztendlich informiert zu sein, sie ist die Justizministerin, sie ist an oberster Position, sie hat die Verantwortung und schon vor etlicher Zeit konnte man ja eigentlich wirklich feststellen, dass man sich um den Fall eingehender kümmern muss. Und dann erwarte ich von dem besten Land, selbsternannten besten Land in Deutschland, Bundesland, dass dann da eine Justizministerin anders tätig wird. Herr Strath, wird Herr Mollert für die sieben Jahre in der Psychiatrie möglicherweise entschädigt werden? Also ich bin abergläubisch. Über Entschädigungen und die Höhe von Entschädigungen rede ich nie, bevor ich nicht endgültig die Entscheidung habe. Also verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen das jetzt nicht beantworte. Ich werde auch nicht die Frage... Ich bin nicht über die Höhe mit Ihnen reden, sondern die Frage ist nur, wird er entschädigt? Ja, natürlich. Das steht das Gesetz vor. Herr Mollert, darf ich aber trotzdem noch mal ganz kurz was sagen. Wir haben Frau Merck zumindest eines zu verdanken, nämlich die Anordnung einer Wiederaufnahme. Die mag motiviert sein, wie auch immer, aber ich habe so etwas noch nie gelesen. So etwas gibt es auch nur in Bayern. Da bekommt der Generalstaatsanwalt am 30.11.2012 plötzlich die Anordnung, eine Wiederaufnahme zu beantragen. Also nicht eine Wiederaufnahme zu prüfen, sondern es kommt gleich die Anweisung, sie zu beantragen. Also man denkt sich natürlich auch, wie ist es denn, wird es wahrscheinlich häufig auch mal andersrum sein, diese oder jene Anklage nicht zu erheben. Das könnte natürlich auch sein. Hier in diesem Falle war es wunderbar, weil wir plötzlich die Sache an eine wirklich exzellente Staatsanwaltschaft in Regensburg kamen. Es gibt ja auch exzellente Juristen in Bayern, die sich hier auch wirklich von der besten Seite gezeigt haben. So kamen wir in diese ungewöhnliche Situation, dass sowohl Verteidigung wie auch Staatsanwaltschaft gemeinsam quasi und, ich will nicht sagen abgesprochen, aber aufeinander abgestimmt wieder Aufnahmeanträge gestellt haben. Das haben wir auch Frau Merck zu verdanken. Natürlich, über die Motive will ich jetzt nicht reden, aber ich habe sie jedenfalls freundlich gemisst. Bei diesem ausführlichen Lob für Frau Merck würde ich gerne, die Ironie lief an den Seiten hier runter, das war ja nicht. So, Herr Mollert, wie sehen die Pläne aus für die Zukunft? Was für Gedanken haben Sie da? Ja gut, ich habe es Ihnen ja am Anfang beschrieben, was aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen für mich relevant ist. Das ist dieses Wiederaufnahmeverfahren. Jetzt bin ich in Semifreiheit aus meiner Sicht, muss mich natürlich kümmern um Dach über Kopf und dass da der gefüllte Bauch nur langsam schmäler wird. Und das sind die Probleme, die jeder Bürger mehr oder weniger hat. Und ich muss mich kümmern, wie ich den Lebensunterhalt mir verdienen kann. Das heißt also, welchen Arbeitsplatz kann ich mal erreichen. Was wollen Sie beruflich machen? Wo wollen Sie leben? Wieder zurück nach Nürnberg, Bayern? Ja, ich meine grundsätzlich, ich bin in Nürnberg geboren. Ja, und seit Generationen, vielen Generationen, lebt meine Familie in jeglicher Richtung in Deutschland. Und die zieht sich aus allen Bereichen Deutschlands, setzt die sich historisch zusammen. Und ich bin auch ein überzeugter Deutscher, auch wenn ich andererseits teilweise... Also Deutschland schon mal nicht verlassen, höre ich da raus. In jedem Fall lasse ich mich nicht aus Nürnberg vertreiben. Sie bleiben in Nürnberg. Ich werde wieder versuchen, mich in Nürnberg anzusiedeln. Und ich glaube, das kann man auch schaffen. Herr Mollert, als wir uns vor zwei Tagen getroffen haben, zum längeren Vorgespräch, haben Sie gesagt, Mensch, die denken auch darüber nach, ein Buch zu schreiben, über das, was Sie dort alles erlebt haben und erfahren mussten. Steht der Plan? Ja gut, es sind unterschiedliche Gründe. Es ist auch eine Verpflichtung, das machen zu müssen. Ich muss Ihnen sagen, die Auseinandersetzung... Warum Verpflichtung? Ja gut, diese vielen Schicksale von anderen, die immer noch in solchen Anstalten sind, diese Unsäglichkeiten, die ich da miterleben musste, die müssen letztendlich für einen ordentlichen Menschen Verpflichtung sein, dass er einen Beitrag leistet, dass diese Dinge, die da und diese Bandbreite von möglicher Willkür, dass die öffentlich wird, dass das möglichst jeder, möglichst jeder Bundesbürger zur Kenntnis nehmen kann und die dementsprechenden demokratischen Mechanismen dann vielleicht ausgelöst werden. Herr Mollert, ich bedanke mich sehr, dass das geklappt hat, dass Sie heute hier in Hamburg bei uns zu Besuch waren. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr und wenn ich noch eins vielleicht anfügen darf, ich muss sagen, ich bedanke mich außerordentlich bei Medienschaffenden wie Sie, wie Ihr ganzes Team. Es ging ja los mit einem Journalisten der Nürnberger Nachrichten und das hat sich fortgesetzt mit den Herren von der Süddeutschen Zeitung. Und es ist, glaube ich, mittlerweile bewiesen, wäre nicht Öffentlichkeit geschaffen worden. Es wäre keine Bewegung in diesen Fall geraten. Das steht, glaube ich, hinreichend fest. Das kann der Herr Dr. Strade auch bestätigen. Dann kam er natürlich auch noch mit dazu. Und als Letztes, wenn ich das noch sagen darf, ich danke außerordentlich jedem Helfer. Und diese Unterstützung war essentiell wichtig und ist nach wie vor, und ich bin bemüht, auch allen Menschen im Land, die mich mit Waschkörben, mit Schreiben versorgt haben, in jeglicher Art, es ist im Moment schier gar unmöglich, dass ich darauf reagiere, so wie ich es können möchte. Und vielleicht ist hier eine Gelegenheit, ich danke dem Innenkreis außerordentlich, jeder Einzelne ist nicht aufführbar. Und da haben Menschen wirklich Tag und Nacht über Jahre sich für mich engagiert. Und das ist der große positive Punkt in diesem Fall. Herr Moller, nochmal danke für den Besuch, Herr Strade. Alles Gute für das Wiederaufnahmeverfahren. Und Frau Ziegert, eine Menge dazugelernt heute. Und Herr Ritzer, danke für den Besuch. Grüße an den Kollegen. Und noch der Hinweis, jetzt im Anschluss folgt, das Nachtmagazin dranbleiben. Susanne Stichler ist heute Ihre Gastgeberin. Und ich sage Ihnen, wenn Sie mögen, nächste Woche, Viertel vor elf, am Donnerstag. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017